Wer um 18 Uhr mein Video bezüglich dieser Klipse gesehen hat, der weiß jetzt, um was es geht. Und zwar um einen Messer-Fix-Clip. Das heißt, damit sich das Messer nicht mehr löst. Das passiert ab und zu bei hohen Drehzahlen und wird hier hinten reingeklipst. Und ja, mein MCC ist wieder da. Ich habe mich, wie gesagt, gefreut wie ein Schnitzel und freue mich umso mehr über das, was ich euch jetzt mitteilen kann. Und zwar, wer noch nicht diesen PEG MCC von Topsoft besitzt, der bekommt jetzt beim Kauf direkt von der Homepage einen verbesserten Clip. Der ist breiter und viel stabiler, gratis mit dazu. Also einfach unten in der Beschreibung auf den Link klicken. Da kommt ihr auf die Seite von Topsoft, legt euch so ein PEG MCC in den Warenkorb und ja, ihr bekommt sowas mitgeschickt. Das finde ich klasse, das finde ich toll. Bis dann.